Mein Ziel ist es, Wertigkeit sichtbar zu machen. Ich arbeite sehr gern mit realistischen Elementen. Die Natur an sich ist für mich ein unglaubliches Kunstwerk, voller Details und Sinn in allem. Und man kann Formen, Symmetrien sowie Farben selbst in abstrakte Illustrationen einfließen lassen. Zu Beginn von jedem Projekt steht immer die intensive Auseinandersetzung mit dem Produkt selber. Ich schaue, welche Emotionen innerlich bei mir ausgelöst werden durch die verschiedenen Sinneseindrücke und versuche dann diese Emotionen in meinen Illustrationen darzustellen. Ich finde es sehr wichtig, sich in allen Bereichen des Lebens mit Schönheit zu umgeben. In mir löst es ein sehr angenehmes Gefühl aus und ich wünsche mir, dass Menschen, wenn sie meine Illustrationen betrachten, auch dieses Gefühl erleben. Mein Ziel ist es, die Wertigkeit von einem Produkt auch äußerlich sichtbar zu machen und damit zu zeigen, wie viel Arbeit und Liebe in einem Produkt selbst steckt. Am Ende von einem Projekt ist es das Schönste, das fertige Produkt in den Händen zu halten und zu wissen, dass ich selber einen Teil dazu beigetragen habe, dass ein tolles Produkt entstehen konnte. Herzlichen Glückwunsch Vielen Dank.